Hallo, wir sind alle Jahre wieder beim Weihnachtsbaumschlagen. Heute sind wir in Pegenau. Ich freue mich, dass wieder ganz viele nette Menschen mit uns zusammen diese wunderschöne Tradition fortführen. Mit ein bisschen heiß Getränken. Gibt auch Kinderpunsch. Wie man sieht, hat man nicht nur den tollen Blick ins Elbtal. Man hat ganz viele tolle Weihnachtsbäume und es schneit sogar eigentlich perfekt. Perfekt wäre es jetzt natürlich nur noch, wenn wir jetzt noch unseren wunderbaren Weihnachtsbaum finden. Da machen wir uns gleich auf die Suche. Ich wünsche allen meinen Gästen und euch allen und Ihnen allen ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tankt alle viel Kraft, damit es im nächsten Jahr mit voller Kraft weitergehen kann. Wir sind jetzt im nächsten Jahr.